so guten tag leute ich habe jetzt auch nicht mehr so viel akku aber ich dachte mir da wir jetzt gerade zum baldnähe see fahren zwischendurch mal ein bisschen die kamera anmachen wenn so coole strecken kommen wie hier jetzt gerade heute ist die erste fahrt mit meiner frau hinten drauf und das erste was sie sagte so nach und gefühlt ich weiß nicht drei vier kilometer und zwar eine ampel standen da sitzt du besser drauf als auf carry also unten jetzt hier die trittbretter hat ist wohl besser zum sitzen auch für die beine wohl besser sitzbank ist wohl ein bisschen härter sagte sie mal gucken was du gleich sagt wenn wir wirklich an baldnähe see angekommen sind aber auf jeden fall der erste eindruck war schon mal sehr positiv fand ich schon mal sehr gut natürlich auch ganz anders sein können jetzt wünsche ich gleich noch mal rein wenn man da um den baldnähe see fahren weil wir fahren nämlich jetzt extra blatt ich ziehe mir auf jeden fall so ein brokkolischnitzel rein und jo jetzt müssten wir gleich hier schon der villa hügel wir sind überwiegend nur richtig geile häuser willen anwesen was auch immer richtig richtig schöne wohngegend jetzt kommt auch so versteckte häuschen hier überall ich glaube der bald also der ist auch schon hier irgendwo hinter der ist ja richtig groß aber die straßen sind hier richtig ja leko fahnie nach 300 metern rechts abbiegen auf mal mit die straße da siehst du rechts abbiegen da geht es schon ab alles klar und ausgemacht fahr mal ab zum baldnähe see so da bist du auch gleich hier rechts sein also leute ich weiß nicht ob ich mich verstehen kann ist ziemlich laut hier aber den knall gerade habt ihr auch gehört so geht das die ganze zeit wir sind jetzt fünf fünf minuten hier diesen kaffee extra blatt baldnähe see und wir haben erstmal über eine halbe stunde gebraucht damit überhaupt mal angeguckt werden hier jetzt warten wir schon über 25 minuten nur auf getränke die leute sind hier so unkoordiniert keiner weiß was hier los ich bin gespannt wie lange es noch braucht bis wir mal was zu trinken kriegen bestellt haben wir gott sei dank vor 45 minuten und ja ich glaube ich bin hier schon fast umgefallen wenn man da ganz vorne sehen kann wenn da jetzt keiner davon läuft das ist so eine getränkeausgabe genau die getränke die da stehen da steht jetzt eine halbe davon die stehen da schon seit über zehn minuten wenn da jetzt ein kaffee dabei gewesen wäre der wäre schon kalt neben uns die haben einen eisbecher bestellt der war schon flüssig wir sehen die echt schwarz so sehen frische eiswürfel hier aus wenn die da reinkommen also leute wenn das jetzt nicht lebensmittel wären dann hätte ich mir schon recht beschwert pommes und wabbelig schnitzel ist zwar lecker um die soße aber es ist auch nicht mehr richtig eis also irgendwie haben die heute komplett versagt so leute also den laden extra plattea essen bald neisee sonntags könnt ihr den vergessen also wie gesagt vorhin schon in den videos wir haben glaube ich warte mal war das jetzt eine halbe stunde 5 40 minuten auf jeden Fall haben ewig gewartet bis wir mal bestellen konnten dann hat es noch mal über eine halbe stunde gedauert bis wir unsere getränke gekriegt haben obwohl wir die die ganze zeit da haben stehen sehen ja wo denn und ja meine frau will ein eis essen eigentlich hat man davor da noch einen kuchen zu essen und eis zu essen aber bei den wartezeiten die nachbarn neben uns hatten auch ein eisbecher bestellt der war flüssig wie milchshake und der kellner meinte auch ganz frech zu sein ja das ist normal wenn er zu warm ist dabei ist es nicht so warm wir haben keine 30 grad werden 25 grad oder so totaler schwachste was er da erzählt und ja ich glaube die haben auch mindestens eine halbe stunde gewartet bis dieser becher dann neu kam ja also das war absolute katastrophe richtig katastrophe das ist so schlechten service und vor allem hier waren sie so unkoordiniert und keiner wusste wo vorne und hinten war keiner wusste was der andere macht das war ganz schrecklich naja jetzt gucken wir mal wo wir noch hinfahren ob wir noch irgendwo ein eischen kriegen oder so wenn es bei mcdonald's ist schauen wir mal und meiner vorhin darauf geht es gut das schon mal sehr gut also da wir ja beim extrablatt keine wartezeit mehr in kauf nehmen wollten machen wir uns jetzt mal damit es ein bisschen schneller geht weil wir haben schon relativ spät und ich muss morgen wieder früh raus aber weil wir noch einen leckeren nachtisch wollen haben wir uns dazu entschieden mal schnell noch nach sanderbike zu fahren damit sie da noch irgendwie entweder ein eis oder eine waffel kriegt und und ja mal gucken vielleicht sind wir noch ein oder andere schöne bike da warte eigentlich ist die noch warm aber ist hier ein bisschen anders gas brauchst du nicht du machst den nach unten und dann drückst du da drauf ja ja sie ist noch warm deswegen genau nicht das ist ja noch mal zum thema extrablatt wir waren auch erst mal überlegen zu gehen einfach und scheiß drauf wenn wir uns schon so lange warten lassen aber dann haben wir überlegt haben wir essen heutzutage auch wenn wir noch nicht bekommen hatten war das wahrscheinlich schon in der küche am machen und wäre natürlich scheiße wenn die dann das erst mal wegschmeißen müssen das war so der einzige argument für uns zu sagen ja kommen dann warten wir einfach ja auf jeden fall also das war absolute oberkatastrophe egal ob links neben uns rechts neben uns oder vor uns alle haben sich beschwert alle mussten ewigkeiten warten also wirklich das war unter aller sau was extrablatt am beiden eise heute abgeliefert hat das essen war nicht warm es war wie wenn du es also die pommes waren so als hättest du beim lieferdienst aus dem aus nebendorf bestellt die waren wabbelig die kätze wie den nudel zwischen der zähne durchziehen können schnitzel es war auch nicht mehr richtig warm es war lauwarm nur und ja wir haben gegessen erstens hatten wir mega 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 hunger deswegen sind wir dahin gefahren und zufrieden waren wir auf jeden fall überhaupt nicht diesmal wir waren schon mal da und da war alles super klar auch warte zeit war lange aber wenigstens essen kam heiß am tisch an die getränke waren sofort da ich finde auch schon selbst wenn es voll ist dass man dann wenigstens guckt sobald du bestellt hast dass als erstes deine getränke bekommst und die da nicht zehn minuten vorne stehen und du siehst es dass die da stehen und die eisklumpen sind schon geschmolzen also das war unter aller sau heute na gut dafür wurden wir jetzt am am rothaus thunderbalk in aminkeln wieder belohnt mit einem nachtisch den wir eigentlich hätten gegessen auch am baldsee aber wir hatten die schnauze so was von voll und sind dann noch mal ich weiß nicht wie viele waren 60 70 kilometer hier in einfach mal gefahren nur um was leckeres zu schnabulieren und hat sich wieder gelohnt und was ist jetzt habe ich eine harley kommen dahin also vorher war es ja immer so ich war der einzige der nicht nicht mit einer harley da war jetzt komme ich dahin fahren nach harley nach aminkeln und mit der einzelne der mit einer harley hinkommt gefühlt ich glaube da war nur eine andere noch und sonst waren nur indien und irgendwelche anderen teile aber spürt ja keine rolle ist ja egal ich dachte komm siehst du mal ein paar andere schön nach alles und dann ist nichts da aber egal die leute sind trotzdem alle immer super da und das passt einfach alles da und jetzt geht es erst mal in die haja weil morgen kurz nach drei geht der wecker heute ich sage schon mal tschüss bis zum nächsten video ich freue mich drauf ich hoffe ihr euch auch haut rein